Was? Ich muss aufs Klo. Jetzt? Ja, ich fürchte schon. Weißt du, wie lange ich hier schon stehe? Ich halte es nicht mehr aus. Pass auf meinen Computer auf. Wenn ich zurück bin, lade ich das Video auf die Seite vom Rollerhof. Warte auf mich, ja? Ja, klar. Hallo? Ist die Lieferung schon da? Ja, ja, ja. Bin unterwegs. Hey, das ist unsere Chance. Geht zur Türen. Pass auf, dass keiner kommt, okay? Beeil dich. Ja. Erledigt. Die Ärmsten tun mir echt total leid. Schon wieder eine Niederlage. Wie üblich. Weg hier. Mein Lieber Ei. Kümmere dich weniger um meine Angelegenheiten. Konzentriere dich mehr auf deine Arbeit. Sind das die besagten Dokumente? Dazu kommen wir gleich. Vorher müssen wir reden. Worüber? Ist was passiert? Du verheimlichst gar nichts vor mir? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich denke doch. Schluss mit den Spielchen. Schluss damit. Diesmal hintergehst du mich nicht. Mir scheint, du bist ein bisschen paranoid. Keiner hat vor, dich zu hintergehen. Dann hör auf, mich zu belügen. Nach der Unmenge von Problemen, die wir hatten, habe ich angenommen, es würde jetzt anders sein, aber da habe ich mich gedacht. Wie lange willst du noch über die Vergangenheit klagen? Jetzt sind wir Partner. Deswegen möchte ich, dass du mir die Wahrheit sagst. Glaubst du, ich habe dir das mit der Reise abgekauft? Dass wir Partner sind, bedeutet nicht, dass ich dir Erklärungen schulde für das, was ich tue oder lasse. Du verheimlichst mir also nichts? Wieso geht das nicht in deinen Kopf rein? Wir stehen auf derselben Seite und wenn wir weiter zusammenarbeiten wollen, musst du mir vertrauen. Wir haben uns nicht in den Kopf, sondern wir haben uns nicht in den Kopf, sondern wir haben uns nicht in den Kopf.